so scheiße da kommt eine b2 hier kommen kannst du bei mir mitfahren wer auch immer mit fahren will sollte aber gerade bitte kurz nicht direkt auch mitnehmen weil ich wieder erfahrte ich muss erst mal mein auto wieder besorgen hat ja ich habe ja für leute da unnötig die mission kaputt machen das ist so favoriten die werden von mir einfach gemeldet und etwas geschnitten ja es ist ja halt irgendwo doch teil des spiels aber es nervt halt du machst nichts und die killis fangen damit oder kacke ich möchte ich möchte mal ich möchte ich möchte mal noch mal erwähnen dass ich es immer noch scheiße finde ich bin ja immer noch in den ganzen gta-gruppen auf facebook und du liest halt nichts mehr nichts anderes mehr außer ich habe hier den glitch ich könnte hier das auto duplizieren ich könnte hier das erglitschen und wie kann ich money erglitschen und wie kann ich das noch mit bescheißen ja ja und da machen die leute und stolz machen die leute dann noch irgendwelche videos guck mal ich habe ein video gemacht hier zehn millionen von zwei minuten kriegen könnte oder so ich will das immer wenn ich ehrlich bin ein reiz wenn ich schon im spiel dann irgendwie ja und das sind dann und das sind dann genau die leute die jetzt hier rum springen und alles kaputt schießen weil sie nicht mehr zu tun haben also nicht also nicht mehr wissen was du mit den ganzen 20.000 trilliarden auf ihrem konto machen soll ja ich habe ich spiele lieber mit ein paar leuten die kohle so wo ist der mann jetzt jetzt weg oder was er das weggung wir haben wir beide gerade zusammen verprügelt der markus und ich habe mich einfach zu schlagen kurz mit dem auto kommt mal bitte wieder her ich will auch mitfahren zwei sind da ist nun zweitürer sagt das vorher hatte meine treffen aber auch jemanden dann packt sie für mich mit da hier links in riko hat gerade ein auto weil er darf ich frage sie einsteigen ja ja das war der planer ja der typ hat hat es gewagt die wollen anzufassen da musste ich maria und deswegen habe ich alles gut das war noch nicht ganz fertig hier das auto das ist noch in der bauphase da fehlt noch ein bisschen ausstattung veränderungen und design fehlt noch drauf und boi rente kassamia ich nicht spanisch verstehen du trottel also schon stefanisch verstehen aber nicht wollen wissen was zu schreiben ich glaube der bildung wie dass du zu dem nach hause kommst oder so genau dass du dich dass du dich vorbeugst und die seife sucht glaube ich nicht oder was anderes da stehen so ein bisschen spanisch verstehe ich schon und sie haben wir nur zwei solcher scheiß mission machen die haupt mission wo du für die bank reichen der marken sich ganz geschütten auf dem Weg abwarten ja und das geht nicht gegen die Klasse Weltklar erst noch mehr ganz gemütlich über den Lieber der Thomas 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 Markus Alter ich will sie sich jetzt als wir mit uns im Herzen zu gewährten zu so sehr wie sehr wenig nach der Welt wollen wir haben einen Ort da war ein Genoss er hat der schulter durch die scheibe Du lebst doch, du sauf! Du lebst doch, du sauf! Du bist so weit, ne? Du musst nur suchen, aber hier ist nur einer. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Dimm, dimm, dimm. Dimm, dimm, dimm. Sag mal den Aufzug in die Garage. Okay. Das mach ich bei dir auch immer. Nimm den Aufzug in die Garage? Ja. Ja. Haha. 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 Ich bin. Ich bin. Ah, hier. Okay. Ja. 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 Ja, ich hab ihn schon noch neu. Da hab ich ja von der Granate reingeworfen. Du hast das Fahrzeug gespringt, was wir brauchen. Ja, sagst jetzt. Geht das Fahrzeug zu einem der markierten Orte zu bringen? Nö. Nö. Aber du hättest es fast mit hochgejagt. Ach. Soll er dann reingeworfen? Ja, aber alle anderen Autos sind auch explodiert, du. Dödel. Ja, hier sind jetzt nur zwei, drei. Ey, komm mit den Kev mit euch mitnehmen? Ja, schön. Ja, dann muss er reinkommen, jo. Ja, ich komm gerne rein. Aber nicht bei dir. Die Gegner kommen. Los. Jetzt ist er hinten drin. Oh, sorry. Ich hatte das Auto. Oh Gott. Ah. Ja. Ich bin nicht dabei, das Fahrzeug zu den Markierten Orten zu bringen. Aha. Ich habe das gehört,사�ando Schnapp von einem Schnapp von uns. Das ist richtig einfach. Ich bin zwar fertig. Ich habe mich gemacht, ich habe zu. Nichts weiß man nicht. Ich bin wirklich fürs Zereinander. Ich habe das alles gesehen. Ich habe das auch sehr gesehen. Ich habe das alles gesehen. Ich habe das auch gesehen. Ich bin wirklich ein. Ich habe das Geld für mich. Ich habe das Geld verletzt. Ich habe das Geld für dich. so weg hier ich renne jetzt da hinten einfach hin oder ich renne mit euch ein bisschen wir müssen doch mal das gebiet das langsam verlassen haben ja also ich bin raus es ist nur noch die anderen heraus ich bin ja ja so schön das steht wo fahrt hier hin zur werkstatt wieder siehst du aus wie dein internen zu wird es hier rechts da kommt ein jet sterben bei uns rumfliegt nein das ist fredolin der ist nett ich habe auch schon immer mit leuten angelegt ja mit eddie und eddie ist auch ein freund von ihm also alles gut und hätte ich schon mal gesagt fredolin und Bis zum nächsten Mal.